der Umstand, dass das System Content ID sehr häufig missbraucht wird, das ist so, oder? Und das will Leute, in den meisten Fällen eigentlich ist es, weil Leute recht an einem Content claimen, den sie eigentlich gar nicht haben, oder? Das dann unter Umständen wird es dann ein Rechtstheater, weil YouTube hat das, halten sich dort bewusst daraus, eine Vermittlerrolle oder sogar eine Scheidsrichterrolle einzunehmen, oder? Es läuft so, wenn du einen Inhalt vom JZ hochladest, dann kann der JZ, ja, ich weiss nicht, ob das jetzt das richtige Beispiel ist, dann sagen wir, es ist ein Video, oder? Du machst ein Video und in diesem Video zeigst du einen Ausschnitt aus einem anderen Video. Und dann kommt jemand und sagt, das Video gehört mir, Takedown Notice. Dann geht das an dich zurück, also ein Copyright Claim ist dann, das ist nicht das gleiche wie Content ID, Content ID funktioniert automatisch. Takedown Notice, also ein Copyright Claim ist etwas anderes, das ist, wenn du einfach ein Video siehst und sagst, hey, da hat es Inhalte von mir drin, claimen, oder? Das passiert manuell. Da geht manuell jemanden an und sagt, ich tue jetzt den Inhalt claimen. Und der Claim ist ein manueller Vorgang, aber das kann grundsätzlich irgendjemand machen. Irgendjemand kann sagen, ich habe den Inhalt, der gehört mir. Und dann claimt es das und was dann passiert ist, es poppt bei dem, wo das Video hochgeladen hat, einen entsprechenden Claim auf. Und dann kann man dann sagen, nein, nein, ich habe alle Recht auf den Inhalt. Dann geht es wieder zu dem zurück, der das ursprünglich claimt hat. Und der kann dann wieder sagen, aha, okay, sorry, tut mir leid. Oder kann sagen, ja, doch, doch, ich habe alle Recht darauf. Dann geht es wieder zu dem zurück, der dann, glaube ich, nochmal eine Möglichkeit hat, das zu peilen. Und dann ist es dann durch. Das heisst, wenn die zwei, der, der, der das Video hochgeladen hat, und der, der behauptet, er hat Recht an diesem Inhalt, wenn die sich nicht einigen können, dann nimmt YouTube nie irgendwie die Rolle vom Scheizrichter über und sagt, A oder B hat Recht. Sondern YouTube lässt einfach die zwei streiten untereinander. Stimmt, da wieder. Da. Erstens spielen wir den Apex. Ich habe gehört, es hat eine sehr gute Düsing. Da darfst du nicht die Leute zu fest trinken, Biggels. Naja, stimmt. Da darf ich nichts sagen. Everybody Starling darfst du nie haten. Ciao. Ja, das ist eigentlich so, das ist immer gut. Ich glaube, im Moment sind wir gerade zufrieden mit den anderen Sachen. Der Name sieht aus wie Gaggy dran ist, Gaggy. Unterstand, harten Grüße, Satz vom Ende. Wunderschönen guten Abend, wie du es dir hast. Wie hat den E-Spozner genannt? Yes, watch. Rolex. Wie heisst die französische Marke? Ich weiss es nicht. Wenn Vater und Sob zusammen gehen, wird er gut. Ich bin der Bär und der Mogli ist ein bisschen mein Sohn. Das ist schon ein bisschen so. Das ist schon ein bisschen so. Der Weite, der Nino ist schon ein bisschen mein Sohn. Ich muss immer ein bisschen gut zuschauen. Guten Vater. Oh, ich habe vergessen. Ich habe vergessen. Ich habe vergessen. Oh, sorry. Oh, Entschuldigung. Hast du... Ich muss A3. Ich muss A3 drücken. Ich habe einen Fick. Ah, Mutti! Ah, ich habe einen Artorten. Das ist eben die Seventh-Sicking-Steps. Ja, ich habe einen Fick. Ich habe einen Fick. Ich habe einen Fick. Ich habe einen Fick. Der ist der Köpel. Wo kommen wir hin? Ich weiss, wo wir hin? Ich habe natürlich Single-Shot. Fäbse! Oh, 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 oh! Hey, Fäbber. Du kannst mit den Haaren haben. Oh! Ooooh, oh, und Diss, dude! Zuerst hatte ich noch einen Single-Shot, Single-Shot-In. Ich habe wirklich noch nie so einen Noob gesehen, wie der Fabst scheint. Ich habe jetzt noch den 2-Räumen bei mir. Einer ist raus! Einer ist aufgerringt! Einer g'nockt! Einer g'nockt ihn! Einer kommt raus! Easy, easy! Er ist nicht! Er g'nockt! Er ist bei mir rechts! Ja, er g'nockt! Er ist aufgerufen! Jawoll! Jawoll! Gut! Star! Messi, Nairoblis! Messi, Messi, Leipzig! Yes, es geht! Du hast ja nur 2 Kills! Star! Stau mich, cool! Au! Ui, sorry! Okay, wo müssen wir hin? Ah! Nein! Schau hier! Oh, nicht mehr! We go there! Muuuutis! G'nockt ihr raus! Leck, wo im Viertel kommt und mir sagt... Nein! Ich bin jetzt in die Haare hinein! Ohne Witze! Du, das ist das First Date! Nehmen wir es erst so! Ja! Ah, weiss er! Sorry! Sorry, Läu, unser Spaß! Hey, hey! Hallo, was ist jetzt da! Hä? Wieso kommt jetzt die doofen? Das ist wieder zum Kotzen so Sachen. Hä? Was? Ein Taub. Ah, ich trage noch keine. Mit Abel her, hier fahre ich easy peasy im Harry Potter Mansion. WTF? Ich bin zu Egentod hier, Biggles. Wie war das so? WTF? Hä? Hier? Mit Abel her, Harry Potter hat mich geholfen. Biggles. Neues Ziel, hinter Water Treatment, hinter unten. Was? Was? Was?